Ich möchte euch hier mal die neuen Chamäleon-Chrompigmente zeigen. Ich hoffe, ihr könnt die geilen Effekte ein bisschen sehen. Es ist wirklich nicht leicht, die einzufangen mit der Kamera. Also hier das erste, dieses hier geht halt von blau ins lila. Das nächste geht von gold in hellgrün in dunkelgrün. Und das dritte geht von lila in vitrol in hellblau. Also es ist Wahnsinn. Die haben Hammer-Effekte, gerade auch auf weiß. Ist leider nicht so leicht einzufangen. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem ein bisschen erkennen.